Ja, eigentlich sollte ich nur 597 Kollegen haben. Aber ich habe 708. Der Bundestag ist viel zu groß. Und wenn wir heute wählen würden, wären wir vielleicht 820 oder 830. Deswegen hat Herr Dr. Schäuble als Bundestagspräsident gesagt, wir machen eine Kommission und gucken, wie wir den Bundestag arbeitsfähig und kleiner kriegen. Die FDP hat einen Vorschlag gemacht. Er erreicht das Ziel. Vor allem ist er fair und gerecht. Er spart bei allen. Die SPD wird kleiner, die CDU wird kleiner, wir werden kleiner. Der Wähler entscheidet, wer welchen Erfolg hat. Wir brauchen einen kleineren Bundestag. Und CDU, CSU und SPD müssen ihre Blockade dagegen endlich aufheben.